Peace meine Freunde, was geht ab? Wir waren am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Meckes-Prank-Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute für ein Mitarbeiter, lieber Felix. Jo Leute, was geht? Und wir stehen hier gerade vor so einem Kar-Warsch-Ding, aber da hinten, wenn man irgendwie durchguckt, Moment, da, ihr seht schon so ein Meckes-Chill, da sind wir neben der Meckes und fangen jetzt gleich direkt an, Leute. Und zwar habe ich letztens ein Video auf YouTube gesehen, dass ein Leute, die ganze Zeit eine McDrive gefahren haben, immer nur einen einzelnen Cheeseburger bestellen. Einfach mal geguckt, wie die McDonalds-Mitarbeiter so reagieren, ob die sich voll abfacken, ob die uns hassen oder keine Ahnung was. Und da dachte ich mir, letztlich die Lumpen, probieren wir das Ganze heute auch mal aus. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's, Felix von Flexit. Und ja, Leute, wir sind mega aufgeregt, jetzt durchzuziehen. Ich glaube, der Rekord, den ihr auf YouTube gesehen habt, war bei 9. Also bei 9 wurden die rausgeschmissen. Und wir probieren uns heute zu toppen. Also ich habe auf jeden Fall mega viel Zeit eingepackt. Ich kann da ruhig 20 Mal reinfahren. Wir schauen einfach mal. Ich probiere einfach, diesen Rekord zu knacken. Und Leute, ganz wichtig, wir haben noch ein Video auf dem Kanal von LiebenFelix gedreht. Und zwar noch einen dicken Meckes-Brank. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab, Leute. Wir haben so viel Scheiße gemacht. Ich will noch nichts spoilern. Checkt's einfach ab. Und ihr könnt, wenn ihr Bock habt, noch ein Hoodie von mir gewinnen. So sieht der ganze Hoodie aus. Also richtig freig, das ist immer neue Merch. Ihr müsst einfach nur meine Videos kommentieren und liken. Dann macht ihr automatisch mit. Also macht's einfach. Und dann würde ich sagen, ja Leute, kriegen wir heute die 10 Minuten voll. Müssen wir. Leute, viel Spaß. Wir sehen uns jetzt im Auto wieder. Ciao. Herzlich willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung bitte. Hi. Äh. Ich hätte gern einen Cheeseburger. Wie bitte? Ich hätte gern einen Cheeseburger. Nur einen? Nur einen. Du kriegst dazu? Ne, nur einen Cheeseburger. Super. Nur einen? Nur einen. Ja, ich will schon ein paar mehr, aber das zeige ich euch jetzt leider gleich. Ich bin echt gespannt, ne, jetzt wie ihr reagiert. Weil ich komm, ich glaube, das ist so eine, die so ein bisschen strange. Jetzt erst mal entspannt, ne. Also ich meine, was soll mir da passieren? Leute, ich versuche jetzt echt ohne Scheiß irgendwie 10 oder 20 Mal hier rein, immer einen Burger zu schneiden. Ich bin echt mal gespannt, ob die gleich voll ausrasten oder ob die das so ganz locker hinnehmen. Ja, dann kann natürlich auch sein, dass irgendwann das abfällt, dass sie mal wieder kommen. Und deswegen dachte ich mir, verkleide ich mir einfach. Ich habe mir ein paar Schnurrbette besorgt. So sehen die aus. Die kann ich mir einfach so draufkleben. Ich habe den. Ich habe den. Ich habe auch so Sachen wie so Nikolausbart. Also die werden mich schon nicht wieder erkennen. Das wird ganz locker. Leute, oh mein Gott. Das wird so lustig. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erst mal vor. 1,29 Sekunden. Mit Karten dann? Ja, der fährt jetzt weg. Ist gut, Nikolaus. Die Nikolaus. Schönes Wetter heute, oder? Ja, könnte besser sein, ne? Auch mir gefällt's. Komm zurück, kein Regen. Das stimmt. Danke, ciao. Vielen Dank, schönen Tag noch. Bis später, ciao. Bis später. So Leute, Burger No. 1 hier am Start. Was machen wir jetzt damit? Ich will den gar nicht essen. Ich habe auch keinen Bock auf den. Will den einer von euch? Nee. Super. Wir gucken mal, den verschenken wir mir auf jeden Fall am Ende. Aber ich fange jetzt noch mal rein. Ich habe meinen Cheeseburger vergessen. Richtig ärgerlich. Deswegen halt mal kurz. Da muss ich natürlich noch mal kurz holen, ja? Herzlich willkommen bei McDonalds. Hallo, bitte. Hallo. Was wollt ihr haben? Moment. Coke Zero. Eine Cola. Ich hätte gerne einen Cheeseburger. Spreng das so? Ne, das war's. 1,43 bis das war extra. So, ich habe keinen Fertig, ne? Doch. Ich habe keinen kleinen Geld. Ich muss daher nochmal. Ich muss mal gucken. Ich esse gerne einen Cheeseburger. Bitte. Ja, ich will ja nur einen. Super. Danke. So, Leute. Burger Nummer 2. Also, wir haben jetzt schon den und den. Und ihr habt ja jetzt gerade schon gefragt, so was abgeht. Also, ich bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Aber, Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach weiter. Und, oh mein Gott. Jungs, ich habe Hunger. Ich habe auch noch eine Cola. Ja, genau. Ich esse die gerne. Die sind lecker. Einmal wie immer. Einmal wie immer. Ein Cheeseburger. Richtig. So läuft das hier. Das wäre es. Ein Cheeseburger, ja? Ja. Okay. Klasse. Ich fahre vor. Noch lacht der Typ am Anfang. Wir waren nur erst dreimal hier. Hallo. Hi. Hey, super. Ja. Einen für dich, ne? Kackeschön. Kein Problem. Bitteschön. Danke. Ciao. Ciao. So, Leute. Versuch Nummer 3 ist abgeschlossen. Und jetzt kann ich mich natürlich nicht wieder so blicken lassen. Deswegen habe ich mir einen ordentlichen Schnauzer besorgt. Ich habe ein paar verschiedene. Also, da unten sind noch ganz viele drin. Die werde ich jetzt nachher anziehen. Aber deswegen gehen wir jetzt erstmal undercover da rein. Okay, Leute. Versuch Nummer 4. Ja, wir haben noch Hunger. Deswegen. Hast du kommen noch mit Dank für Umstellung, bitte? Hallo. Ich hätte gerade einen Schiefvölker. Beträgt hast du? Nee. 1,9,5,5. Super. 1,9,5. Danke. Ciao. Ja, die Knoge ist. Jetzt aber richtig auf der Kackdauer. Jetzt fackt sie sich nicht ab, Leute. Jetzt fackt sie sich ab. Servus. Versuchen Sie bestimmt nochmal. Ciao. So, Leute. Versuch Nummer 5. Und heute auch ne Witz. Gerade hat sie ja nichts gemacht. Gar nichts. Sie hat mich gar nicht angeguckt. So, sie hat einfach alles gemacht. Das war nichts mit meinem Bad. Aber der Bad ist jetzt schon ein bisschen auffälliger. Mal gucken, ob jetzt was geht. Hallo, ich hätte gern einen Schiefvölker. Ja. Das wär's. Servus. Habt ihr nichts besseres zu tun heute? Ich hab nur Hunger. Du hast nur Hunger. Dann hol er direkt Sand. Ich hab doch jetzt den ersten. Ja, aber du musst doch jedes Mal wachten. Ich war doch noch einmal hier. Bin das erste Mal jetzt hier. Ja. Du brauchst einen Triller, was? Das kann echt gut sein. Bitte schön. Super, danke. Ciao, ciao. Oh, jetzt war sie richtig down, Anna. Hä? War ich schon mal hier? Ja, moin. Bin so hungrig. So, geht's Ihnen gut, oder? Wollen Sie einen Cheeseburger haben? Geh mal her. Wollen Sie einen Cheeseburger? Wollen Sie einen Burger haben? Wir haben ganz viele. Nicht? Okay, schade. Na gut. Bis später. So, Leute. Ich merke, ich habe irgendwie auch schon Freunde gefunden. Aber jetzt kommt erst mal die neue Transporte. Boah, der klebt über hart. Ich hätte gerne eine Cheeseburger. Super. Super. Also, da hat man gerade schon eine andere Person gesehen. Ich denke mal, sie hat jetzt ihre Chefin schon geholt. Weil wir die echt langsam abfacken. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Wir lösen das natürlich am Ende auf, Leute. Also, alle sind entspannt. Hallo. Kein Thema. Danke. Tschüss. Das kann doch nicht sein, du. Oh, die bleibt so richtig entspannt. Die bleibt richtig gechillt, Alter. So, Leute. Runde Nummer 6. So langsam muss ich keinen Bock mehr. Die juckt das irgendwie überhaupt nicht. Gar nicht. Aber ihr seht schon, neuer Bart wieder am Start. Das ist so dumm. Der sieht so scheiße aus. Ein Moment bitte. Hallo, ich hätte gerne eine kleine Cola. Ja. Oder nee, doch keine Cola. Ähm, nur ein Cheeseburger. Ich bin auf dem Weg. Bis gleich. Bis 29, bitte. Das ging ja schnell. Danke. Es freut mich. Habt ihr gesagt? Das ging schnell. Super. Schönen Tag noch. Tschöö. Glüh時le. Grüß Gott. Das gibt's echt nicht mehr, Alter. Junge, Sie juckt, das ist ein Scheiß-Trick. So, Leute, nächste Runde mit Helium. Wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen, weil ihr sich einfach nicht abwacken lässt, aber das kriegen wir. Und ich mach jetzt ein kleines Special. Das Fenster nur so weit auf, dass gerade so der Cheeseburger da durchpasst. Aber mal gucken, was die so sagt. Hallo, ich hätte gern einen Cheeseburger. Super. Bis gleich. Ich komme nicht darauf klar, dass der da scheißegal ist. Wie kann das sein? Würde ich da arbeiten? Ich hätte schon längst gegen das Auto getreten, Alter. Was soll ich denn da mit? Nö, das ist ja mir. Der ist dir. Willst du da mit? Ich brauche ein bisschen einatmen. Deswegen hast du so viele Schuhe. Nee, die ist von Natur. Alles klar. Schönen Tag noch. Jungs, juck dich einfach nicht. Hast du kommt noch mit deinem Stellung bitte? Äh, ein Cheeseburger. Einen? Einen. Einen? Willst du dich was bei auf einmal nehmen? Oh, so viel Hunger habe ich nicht. Okay, dann fahr bitte weiter. Jo, danke. Oh, sie verändert sich. Jetzt geht's los. Jetzt geht's lange los. Leute, jetzt kann's losgehen, Alter. Die sieht schon ein bisschen aggressiver aus, Alter. Ja, 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 die will ficken. Die will ficken. Hallo. 25 für der erste. Danke. Ich habe eine Frage, wieso Sie immer jedes Mal eins bestellen? Ich habe nur Hunger auf einen. Sie haben jetzt schon 20 Mal und jedes Mal einen Cheeseburger. 20 Mal? Ja, noch nicht. War einmal hier. Wir waren das erste Mal. Das ist irgendwann mal nicht normal. Ne, ist schon normal. Das ist doch kein Problem, ich habe nur mehr Umsatz. Das ist doch nur mehr Umsatz, der Schwabe da hinten. Geld ist Geld. 8,71, bitte sehr schönen Tag noch. Ach so, ich wollte gerade sagen. Ach super, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ihnen auch, danke. Die war mal jetzt. Boom, jetzt komme ich nochmal. Boom. Mit lauter Musik. Entschuldigung, wollen Sie einen Cheeseburger haben? Wir drehen gerade ein YouTube-Video und haben ganz viel bestellt und wollen die eigentlich gar nicht. Ja. Wie viele wollen Sie dann haben? Einen. Einen. Sogar noch original. Wir werden so rüber. Kommelle. Wir kommen noch ein paar Mal entlang. Ja. Bis gleich. Ciao. Die war korrekt drauf. Dann soll noch mal einer sagen, was wir hier machen. Das ist Asi. Willkommen bei uns, Ihre Bestellung bitte. Hallo, Hicke und Cheeseburger. Einen? Ja. Einen. Jo. Schon gar keine Kondition mehr. Und ja, Leute, ihr seht es gerade nicht, aber das ist jetzt eine andere Mitarbeiterin und oh mein Gott, das wird lustig. Und ich würde sagen, Jungs, ein Cheesy? Kann man mal machen. Kann man machen, obwohl wir uns noch da hängt ein. 1,23 bitte. Jo. Bitte. Danke. Ciao. Guck, der Kuchen heißt, da ist das Tochter. Oh fuck Leute, da war jetzt Endstufe. Da kommen sie alle, kommt noch ein Cheesyro. Willst du mal ein Cheesyro. Ja, ja. Servus. Da sind wir wieder. Wollen sie noch einen haben? Guten Mittag. Bitte schön. Was? Ich spiele nochmal. Was denn? Wir fährt aber jetzt direkt auf Park, ne? Auf Park? Ja. Was denn Park? Ja. Wir fahren hier, wo wir Essen kriegen. Sie wollen noch einen Cheeseburger bestellen? Ja, ja. Ja, ja. Wie oft wollen sie denn hier durchsparen? Ja. Ja, weil sie keinen Hunger mehr haben. Aber erst mal schnell. Könnt ihr aber reinkommen, oder nicht? Nee. Wir essen die doch immer. Bitte? Wir essen die doch dann immer einzeln. Was denn? Ja, weil es schmeckt besser dann. Für den Geschmack. Was denn? Ist das jedes Mal einer von euch? Ja, aber Kunde ist doch König. Kunde? Kunde ist doch König. Tja, aber es gibt Grenzen auch hier, ne? Der Chef steht gerade und beobachtet euch. Ja, wo ist denn das Problem? Ich bin egal. Ich krieg eine Anzeige dann. Weil wir essen bestellen, oder? Weil wir Essen bestellen. Wegen sowas eine Anzeige. Ich kann zehnmal hier durchlaufen, wo andere noch andere Gäste auch noch fahren und warten. Wir wollen doch genauso essen. Ja, aber ich kann auch nicht zehnmal ins Restaurant reingehen und ich hab ja Spaghetti. Das heißt ja Fast Food. Ich kriege dann nochmal Spaghetti. Warum nicht? Ist doch mehr Umsatz, mehr Geld. Drive ist dafür, dass es schneller geht. Ja, deswegen wollen wir ja Deutschen Drive. Wir können doch reingehen jedes Mal einzeln bestellen. Das finde ich logisch nicht. Nee. Also Drive ist dafür da, dass es schneller geht. Ja. Und da sie jedes Mal reinfahren, nehmen sie auch die Zeit von den anderen weg. Also die anderen bestellen ja auch alles. Hat sich denn schon jemand beschwert? Ja, der Chef hat sich schon gerade beschwert, warum das die ganze Zeit so lange gedauert für die anderen Autos. Ja, dann besprechen wir das ja mit dem Chef. Wir fahren ja nochmal rein, dann besprechen wir das, ne Lukas? Jo. Aber trotzdem jetzt ein Cheeseburger gleich. Hi, äh, ich hätte gern einen Cheeseburger. Ja. Und drei Cola. Oh, drei Cola noch, der war zu klein, ne? Äh, ja. Und das war's. Check, check, bitte. Ja, ja. Check, check, bitte. Check, check, bitte. Ja. Danke. Könnt ihr gerne noch ein Praxis kommen für euch, ja? Ja, klar. Danke. Ciao. Die Wichtigkeit war am Pfiff, Leute, ja. Deswegen bleiben wir genau hier stehen. Oh, mach mal. Warte, provozier dich, Alter. Krieg ich so lange wie Cola. Ja. Leute, was hat der gerade für einer, Lukas? Ich kenn den gar nicht so. Mega richtig. Alter, der will kommen nicht. Er kommt raus, er kommt raus. Ach, da rein? Ja. Ah, okay. Ich wollte jetzt eigentlich auch schon. Wir haben zehnmal hier drin, eigentlich ist alles entspannt. Die lassen uns jetzt mega lange warten, schätze ich mal. Ja. Und was bekommen wir mit sonst hier in die Stellung gesucht? Hi, ich hätte gern zwei Zwanziger Chicken Nuggets, Curry und Süßsauer. Und der gute alte Cheeseburger. Der gute alte Cheeseburger? Genau. Na klar, der muss ja dabei sein. Der muss ja dabei sein. Na klar, mach's. Sauber. Bis gleich. Ich bin unterwegs. Danke. So, Leute, jetzt ein kleines Special Future. Und zwar geben wir den Rest Trinkgeld. Wir haben uns ein bisschen bestellt. Für etwa zehn Euro, 15 Euro. Und das Rest wird Trinkgeld. Das sind eh Videoeinnahmen. Dem McDonalds Mitarbeiter würde ich auch ein bisschen was zurückgeben, dafür, dass die so hart nerven. Und deshalb gibt's jetzt erstmal ein dickes Trinkgeld, Leute. Also nicht denken, ich bin abgehoben oder verschenke hier Geld, Leute. Das ist halt echt die Einnahmen von dem Video. Ich will davon nichts haben. Ich bin echt mal gespannt auf die Reaktion. Ob die rumheulen oder ob die sich einfach freut. Hi. 17, 16 und 16. Der Rest ist Trinkgeld. Echt? Ja. Für die Unabnehmlichkeiten hier. Quatsch. Nee, nix Quatsch. Ich will das nicht. Nein. Doch. Und das bitte wirklich. Ich kann auch keine Täusche übernehmen. Ja, jetzt können sie doch. Nein. Doch, einfach einstecken. Nein. Doch. Nein. Ja doch. Ist doch ihr Geld. Können sie einfach nehmen. Hab ich ihnen privat gegeben. Hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Geht nicht. Warum nicht? Okay, warte. Dann nehme ich jetzt das Rückgeld zurück. Und jetzt gebe ich ihnen das Trinkgeld so. Ich will das nicht. Jetzt nehmen sie. Wenn wir die schon so auf den Sack gehen dann. Okay. Dann sind wir jetzt wirklich weg. Wir sind jetzt wirklich weg danach. Hä? Ja. Wir müssen mal gucken. Vielleicht haben wir später noch Bock auf einen Cheeseburger. Kannst du gerade noch einen Parkischkopf machen? Ja, ja. Alles gut. Jetzt kriegen wir hier Personal Service, Alter. Leute, was geht hier ab? Zuerst ragen die Unnormale. Auf einmal steht die ganze Chefetage dahinter. Und jetzt? Geil, Mann. So. Auf jeden Fall haben sie es geschafft, Leute. Ich bin mega stolz. Und echt voll korrekt, ne? Wie chillig die geblieben sind. War mega geil. Also echt props gehen raus an die Filiale hier. Ich schwärze natürlich alles. Ihr seht die Leute auch nicht. Aber wenn die Leute selber das sehen, ihr wisst ja, dass wir da waren. Deswegen echt Respekt, dass ihr so gechillt geblieben seid. Ohne Witz. So, Leute. Das war der Makis Prank. Ihr seht schon, wir haben hier so viele Tüten an Cheeseburger. Wir haben die Hälfte noch verschenkt an die zwei jungen, netten Damen, die wir da eben noch getroffen haben. Aber es hat auf jeden Fall mega, mega Spaß gemacht. Und Leute, ohne Scheiß. Ich dachte echt am Ende irgendwie, wir kriegen noch Hausverbote oder so. Weil der Chef war schon da. Die eine hat schon so rumgewirkt. Unnormal, Leute. Aber es ging echt alles noch richtig gut über die Bühne. Am Ende hat sich noch voll gefreut über das Trinkgeld. Und ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ich fand's gut. War mega geil. Ich finde es auch richtig korrekt, dass er das Trinkgeld gegeben hat, Leute. Erstmal dafür einen Daumen nach oben und ja. Oh shit. Leute, ich weiß nicht. Zehn Minuten? Wollen wir es doch noch voll machen? Nein, Spaß. Wenn wir noch nicht so weit sind, mach ich es nicht. Aber es ist scheißegal. Settel, was geht ab? Die Schnauze ist scheißegal. Hitler richtig fresh. Korrekte Mitarbeiter. Und es hat übel Spaß gemacht. Ohne Scheiß, Leute. Props gehen echt raus an den Makis hier. Wie gesagt, wir schwärzen hier alles. Ihr seht davon ja nicht so viel. Aber ihr hört ja immer, was sie sagen. Deswegen hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das krasse ist, wir fahren jetzt weiter. Wir drehen noch ganz viele andere Makis Pranks. Und Leute, by the way, wir haben auch noch auf dem Kanal vom lieben Felix aka Flexit auch schon einen Prank gedreht mit Helium. Und wir machen noch so viel anderes. Wir haben noch so geile Ideen. Checkt das auf jeden Fall ab. Das kommt jetzt in den nächsten Wochen. Wir drehen heute alles. Deswegen, Leute, ohne Scheiß. Ich glaube, heute haben wir jeden Makis in ganz reiner Pfalz richtig abgefuckt. Aber Leute, was soll man machen? Letzt in die Lumpen. Wir gönnen uns jetzt erstmal ordentlich unsere Nuggets. Wir haben mega, mega Hunger. Meine Freundin ist auch noch dabei. Was geht ab? Perfekt. Und ich würde sagen, guten Hunger. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und haut rein, Leute. Ciao. Ciao.